Tag 1, der große Tag. Ich auch mit rauf. Genau. Wir sind auch da. Wir besteigen heute den Fanzipan. Wir probieren es zumindest. Ich hoffe, wir überleben. Mh, könnte schwer werden. Vor allem bei dem hervorragenden Wetter. Nachher kommt noch die Sonne. Es ist jetzt 8 Uhr früh. Ja, und es ist schon schweinekalt. Und wir sind noch ganz unten. Kann man auf dem T-Shirt stehen. Genni tut nur so. Nicht Genni, das ist für Weltreisende. Das geht alles online. Das können wir ja direkt löschen. Na, egal. Dann mach doch mal. Hallo, liebe Weltreisende. Heute ist der große Tag. Wir versuchen, den Fanzipan zu besteigen. Hi, ich komme auch mit. Wir sind zu dritt. Drei Mutige. Wir sind zu dritt. Ja, und wir sind in Vietnam. In Sabar. Und es ist voll warm hier. Es ist schweinekalt. Welche Höhe haben wir schon? Das wird halt auch nicht. 1.900 Meter. Und dann drei, drei wollen wir noch. Ah, nee, drei, eins, vier, eins. Okay, bis später. So, hier. So, wir kinnen. Dann geht es um diese Richtung. Also, wir haben die Lamp-Tür hier. Wir haben die Lamp-Tür fertig. Dann können wir die Lamp-Tür fertig sein. Von hier? Wie lange dauert es? Von hier? Von hier? Wir haben eine Stunde von der Lamp-Tür. Von der Lamp-Tür? Ja. Heute können wir die Lamp-Tür. Heute kommen wir zu den Tutsch. Dann können wir zurück in die Lamp-Tür. Morgen kommen wir hier runter. Eine Stunde haben wir schon. Und wir sind tot. Vorsicht. Einen starken Stutten. Hürgen, Hürgen, Hürgen. Die Fl homeschen, Hürgen, 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 Hürgen. Mein Gebrauch. offset. Hier ist, was ich wirklich. und die kommt das abhacken mit so einer sichere die blätter kann man für alles mögliche verwenden wie zum beispiel auch für medizin jetzt sagen kann es eine einkommensquelle für die einheitlichen das ist cardamon so sieht das aus als frucht von dem kleinen bäumchen was vier jahre brach und groß zu werden interessant riecht die sieht nicht aus wie unser cardamon den wir kennen das riecht wie zitrone und zitrone und noch irgendwas pfeffer gut ja bitte scharf pepper zitrone pfeffer ich spuck's auf Wir sind kurz vor dem ersten Camp, da wo es Lunch geben wird. Das ist unser Eierträger und unser Guide und es gibt sogar Mülleimer hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Das bricht hier direkt ab alles und dann geht es erstmal ein paar hundert Meter tief. Jetzt kommt die Sonne so ein kleines bisschen durch und schon hat man total die Kontraste. Genni, guck mal! Klatsch! Genni, guck mal! Genni, guck mal! Genni, guck mal! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020